Hallo und herzlich willkommen zurück zu Stardew Valley Episode Nummer 11. Natürlich zuallererst mal gießen wir die Pflanzen. Oh, die erste Blume. Ist die schon fertig? Bohnen sind immer noch nicht fertig. Ne, okay. Ist ja geil. Kinder, wir haben unsere erste Blume geerntet. Das müsste ich doch in den Collections jetzt auch haben, oder? Oder auch nicht. Ich dachte halt nur, ne? Okay, naja, gießen wir mal die ganze Blumen. Okay, eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Zwei, zwei, drei. Zwei, drei. Eins, zwei, drei. Das funktioniert ziemlich gut, muss ich sagen. Ja, packen wir mal hier rein. Die können wir theoretisch. Man kann das Zeug also essen. Für eine Menge Energie. Also, Tulpenfresser auf gut Deutsch. Schauen wir mal, wir haben Post. Okay, wir haben eine Axt zu finden für Robin. Aber wo? Okay. Gut. Wir müssen also die Axt finden gehen. Und... Sehr geehrter Herr Farmer Gregory. Ich würde mich gerne entschuldigen, dass ich über die Hütte deines Großvaters Witze gemacht haben, als wir uns das erste Mal trafen. Es ist wirklich ein sehr schönes, kleines Haus. Ähm... Jedenfalls... Du... Vielleicht brauchst du trotzdem eines Tages mal ein bisschen mehr Platz. Ja? Hier kann ich dir helfen. Wenn du mir ein paar Materialien bringst und einen kleinen... einen kleinen Geldbetrag, kann ich dein Haus ausbauen. Die erste Ausbauermöglichkeit, äh... Beinhalte deine Küche. Mit deiner Küche kannst du schneller, äh... Kannst du überhaupt kochen. Ah, okay. Wir brauchen also zuerst eine Küche ausgebaut, um überhaupt die gelernten Kochrezepte kochen zu können. Okay. Jedenfalls hoffe ich, dass du dich ins Tadio, wenn du zu Hause fühlst. Robin. Gut, also wir suchen, ähm... Okay, ja, hm... Na... Planleiterung! Oh toll, Krieger, was für eine Idee hast du denn jetzt schon wieder? Ja, na, hör mal, hör zu. Bevor du mich vom Hotelst, hör zu. Wir suchen... Ähm... Die Axt südlich von Manis Ranch... Äh, Ranch. 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 Ähm... Das ist Manis Ranch, ne? Wenn wir auf die Karte schauen. Manis Ranch, jawohl. Okay, der ist noch geschlossen, aber wir wollen ja auch nicht rein. Ich hab schon so eine... Oh, Horst-Redish, den nehmen wir natürlich gerne. Nein. Ich hab schon so eine ungute Vermutung... Und nicht ungute Vermutung, einfach eine Vermutung, wo die Axt denn sein könnte. Oh, nix, Fiebel. Ach, schau mal, wie viel Horst-Redish. Ah, da hieß sie schon. Alles klar. Wir haben... Nen Stern-Horst-Redish gefunden. Und ne Gold-Stern-Horst-Redish. Holy shit. Bad shit. Amazing. Ausgezeichnet. Wunderbar. Gut. Also. Äh... Vincent. Nächster Stopp ist Vincent. Wir drücken immer einen von den Amethysten ins... ins... ins Auge. Alles gut, es ist ein Geburtstag. Putsch. Ja, der ist aber nicht zu Hause. Oh, doch, der ist zu Hause. Na, bitte. Ja. Schade, dass wir dir zum Geburtstag nichts geschenkt haben, Vincent. Tut uns... Tut uns wirklich sorry. No. War keine Absicht. Checken wir mal das Quest-Board. Da ist auch ein Quest drauf, okay. Ja, Vincent. Spurzl war gestern. Ah, ich will aber den Quest... Ich habe keine Abschubi. Ich glaube, da können wir theoretisch beim Pierre... ... ein Abschubi kaufen. Nicht einmal. Okay. Obst, weil wir ein bisschen später rein investieren, wenn wir mal ein bisschen mehr Geld verdienen. Bring mal das Zeug zu Robin. Und da möchte ich noch nachschauen, was... Was genau, wie viel denn... Äh, das Frühlings-Bundle... Das Frühlings-DLC im Town Center haben. Ach, ich muss sich ja... ... hier ran. So. Oh, es hat sich fast die Zehe mit der anderen abgehackt. Dankeschön. Toll. Irgendwann, Manni. Oh, Baby, ein Triple. Okay. Ausgezeichnet. Habt ihr das eigentlich heute gar nicht gesehen? Oh. Süß. Okay. Next up. Nicht hier runter. Als nächstes müssen wir zum... Ugh, Schmied. Nicht zum... Ugh, Schmied, sondern einfach zum Schmied. Hallo, George. Alter Kumpel. Ich kann gerade nicht reden, Jura, Mann. Alles klar, George. Ich hätte oben gar nicht mit Town Center nachschauen sollen. Naja. Oh. 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 Okay, alles klar, wunderbar. Nice. Das ist alles Museumszeug. Und da ruft jemand für mich, obwohl ich gerade aufnehme. Na, also, bis gleich. So. Wir wollten Sachen ans Museum spenden. Yay, wir bekommen was. Yay, wir bekommen was. Ooh, Baby. Bitch. Nice. Das ist cool, Mann. Das ist echt cool. Also, im Grunde ist es free money. Kann ich eigentlich... Weil er steht immer dabei, wenn man fährt, wenn man Gunther im Museum fragt. Sicherlich gefunden, ähm, Kaltzeit. Und Sattstein. Cool. Wir haben schon mal einen Haufen fürs Museum gefunden. Dafür, dass wir im Grunde seit ein paar Tagen suchen. Aber ich nehme an, je tiefer wir in die Mine runterkommen, desto mehr gibt es für uns wahrscheinlich auch zu finden. Okay, aber nice. Wir haben einen Haufenzeug bekommen. Ähm, die Frage ist nur, was machen wir jetzt? Weil mit Nahen Schobi kann ich leider nicht dienen. Sonst haben wir wirklich alles abgearbeitet. Welche tun? Keine Ahnung. Ähm, pflanzen wir die Samen? Legen wir noch ein Feld an, würde ich sagen. Mehr können wir heute eh nicht wirklich tun. Vielleicht mit der nur reden. Was soll es dir denn Scheiß nicht geben, Mann? Als es keine Flau aussieht. Verdammt nochmal! Habe ich dir da was gegeben? Ich weiß nicht. Korrigiere mich mal, Postproduktions-Gregor. Dankeschön. Dankeschön. So. Verballern wir mal unsere ganze Energie mit wirklich wichtigen Dingen. Halt, Stopp! bevor wir unsere energie mit wichtigen dingen verbrauchen möchte ich mir möchte diesem wunderschönen mädchen guten tag sagen hallo hallo hailey ich werde heute meine kleidung organisieren ich muss die ganzen die die letztes jahr in waren rausschmeißen damit ich platz für 9 bekomme sehr toll ist gut dass wenigstens einer von uns richtig dank viel money in der in der haus hat ich werde jetzt reingehen aber mit screenshots von allen zeugs machen damit ich nicht jedes mal hier hochlaufen muss um rein zu sehen so das war 12 also außer der stand alliance glaube ich haben wir alles schon oder es macht wichtig zu tun bleibt es zu drin tut es mit der bleibt nicht drin okay gut 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 weil der Horstradish ist platziert ich glaube wir schenken der haley glaubt ihr als nächstes geburtstag schenken wir nicht die dafür die wir gefunden die die dafür den also den löwenzahn oder welche pflanze mit wir haben einen blumen haben wir gefunden und gesagt wir sagten wir schenken sie der haley wir schenken die tulpe die wir gerne haben schenken wieder haley weil seine pflanze des frühlings ja nächstes schenken wir die pflanze des frühlings vorher also noch das eierfest das eierfest gut dann legen wir mal feldern ja 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 baby der bus ist nur aufgewalt die kinder mit kreide auf die straße gemalt dass dann bus ist okay die mit der little hole nope nope die 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 Ich verstehe, warum die Tulpe hier nicht drin ist. Nein, vielleicht brauchen wir davon mehr. Also nur eine. Kann natürlich auch sein. Okay, vielleicht machen wir noch ein bisschen Kupfer. Während wir... Genau das. Ja, wir haben die Defodil. Die Dandelion ist der Löwenzahn, ne? Für Leiden, für Löwe. Und die Defodil haben wir auch. Und... Irgendwas war es noch. Genau, The Leak. Also... Machen wir das doch. Machen wir gleich das Sommer-Bundle fertig. Ach, Frühlings-Bundle. Und schauen wir, was passiert. Go, go, go. Radman! Nananananananananana, bread man. Jaaa, bitch. Hier oben fehlt immer noch ein paar Pflänzchen, die man so mitnehmen kann. Ein bisschen hotthreddish. Ah, Lino ist altes Haus. Was geht denn ab, mein Junge? Brauchst du etwas von mir? Nein, ich wollte eigentlich nur mal Hilo sagen. Also ja, hi. Kigeli. Na ja, zwei. Der Bürgermeister, ich wieder mal festgeklebt, weil er nicht bei seiner Party war. Oh, die war wahrscheinlich nicht bei Vinzenz Party. Gott sei Dank, war ich spätnacht, spätnachts noch bei ihm, um ihm was zu schenken. Aber nee, 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 nee. Ich bin auch gespannt, ob es jetzt der Horstreddish noch drin ist. Ich meine, ich hoffe mal. Schätz mal. Er ist noch drin. Bundle complete. Und ich weiß nicht. so ein Viech weg, oder? Jawohl. Ach, das Bundle ist wahrscheinlich jetzt eingelagert. Alter! Alter! Ist das geil! Ist das geil! Ich darf nicht so viele verschiedene Dinge in den Episoden machen, sonst weiß ich nicht, wie ich sie nennen soll. Ha! Okay, so läuft das. Das ist ein Pantry. Also das kann ich theoretisch jetzt teilweise auch schon füllen, aber halt noch nicht ganz. Okay, naja, wenn das so ist. Ah, es ist schon relativ spät. Kaufen wir das nächste Mal. Kaufen wir beim nächsten Mal noch die Samen, die wir für das hier brauchen. Ich glaube, das kriegen wir noch hin, dass wir das noch befüllen. Ja. Oh Gott, ich hoffe, dass man jetzt gerade nicht hört, was ich gerade hören muss. Ähm. Okay, das wird ein bisschen schwieriger. Das Quality Crops Bundle. Quality Crops DLC. Oh mein Gott. Animal Bundle. Okay, das können wir hier noch lange nicht machen. Das Fall Crops Bundle. Und das Summer Crops Bundle. Okay, gut, da sind wir noch ein bisschen weiter weg von dem. Ah, nicht verschwinden. Okay. Also das hier drin ist einfach so eine Art Questing System. Fisch! Oh. Oh golly. Äh, ja. Nachtfisch. Lops. Oh Gott. Leckfisch. Also wir haben also eine Menge Fisch. Zu fischen. Ja gut, vielleicht gehen wir in der nächsten Episode auch mal fischen, ne? Wäre ja auch mal okay, wenn wir einfach mal in der ganzen Episode am Strand stehen. Gut. Gut, 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 gut. Hier, wahrscheinlich schon zu. Nicht einmal. Ah, aber er ist nicht mehr da. Schade, schade, schade. Gut. Klingt so, was wir hatten. Die Waschbären zurück. Aha. Dreckige. Übersetzt Krieger da nachher. Ah, du bist genau im richtigen Moment gekommen, Sohn. Könntest du einem alten Mann einen Gefallen tun? Könntest du dort um die Ecke gehen und die Waschbären für mich verscheuchen? Sie machen immer solch eine Unordnung. Sie machen immer solch eine Unordnung. Danke. Sorgt dafür, dass sie einen ziemlich guten Schreck bekommen, sodass sie nie wieder zurückkommen. Ich war's. Tut mir leid. Ich finde eine Menge von heißes, frisches Essen in diesen Tonnen. Sachen, die verschwendet worden sind. Sachen, die, ja, die einfach weggeworfen werden und er nimmt sie halt, weil es Verschwendung wäre. Glaubst du, es ist falsch, was ich tue? Ich finde es nicht falsch, ne? Ja, meine Meinung. Danke, Gregory. Ich wusste, dass du eine Open... Dass du offen für Neues bist. So offen für vieles. Open-Eyed ist eigentlich mittlerweile auch schon ein deutscher Begriff. Egal. Das, was ich tue, fühlt sich richtig an. Und ich tue ja niemandem weh. Ja, das ist richtig, Linus. Das ist richtig. Das ist auch ein Tipp für euch, Kids. Werft nicht unnötig Essen weg. Wenn es noch genießbar ist. Und auch in so vielen Supermärkten wird so viel Essen weggeworfen. Und daran, dass man da problemlos eigentlich von leben könnte. Und problemlos Leute unterstützen können, die vielleicht nicht so viel Geld haben, sich das zu kaufen. Du kannst nach Hause gehen. Ich verspreche, ich werde nicht mehr in Georges Mülltonne herumwühlen. Du kannst ihm sagen, dass du die Waschbären verscheucht hast. Warte. Ich weiß, was du gerade tun wolltest, Linus. Wenn du Essen brauchst, sag einfach Bescheid. Ich will nicht, dass irgendjemand in Pelikan Town hungrig ist. Hier. Ich habe hier einen Korb Zucchini-Fritters für dich. Zucchini-Pommes. Whatever. Mach. Sie schmecken am besten, wenn man sie in die scharfe Marinade von Gas dippt. Komm hier. Nehmen sie. Oh, du bringst Tears to the eye. It does. It does indeed. It does indeed. Okay. Gut. Also, das war auch mal ein erfolgreicher Tag, würde ich sagen, oder? Wir haben schon mal ein Bundle completed. Wir haben ein neues Feld gebaut, wir haben Samen bekommen. Springseed. Ja, ich würde sagen, die ballern wir noch mal in die Erde. Morgen. Nächste Episode. Whatever. Ach ja, und der Barren ist fertig. Das können wir auch noch machen. Schieben wir noch mal in den Barren in den Ofen. Tschak, tschak. Oder machen wir das jetzt noch? Ich meine, es ist schon spät. Ich würde gerne noch ein bisschen... Äh, wo ist die Axt? Ich würde gerne noch ein bisschen wieder abbauen. Bäume und alles. Und Sache sammeln. Wir haben bald genügend Übers für die Brücke unten. Nein. Ich habe mich gerade entschieden. Ich werde hier doch lieber erst noch mal anpflanzen. Das ist echt schwer, Mann. Also bis zwölf können wir Probleme so aufbleiben. Also gibt es kein Problem, was wir nicht dann bekommen, wenn wir das mal direkt mehr sehen. Die restlichen Frühlingshandel, die hebe ich mir auf für nächste Saison. und haben wir noch den baum des abends kann ich eigentlich mit der richtung von der ich was hacke kann ich wahrscheinlich bestimmen in welcher richtung der baum fällt ich weiß dass es spät wird schnell ins bett kinder die wird verschenkt es kommt noch drin gut das war's mit der heutigen episode von stardew Valley wenn es euch gefallen hat ja ein like ist immer wieder gern gesehen wenn ihr mehr sehen wollt bitte abonnieren ansonsten bleibt nur noch zu sagen danke fürs zuschauen wir sehen uns beim nächsten mal gute nacht und Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018